Die Braxe, auch Braxen, Brachsmei, Brasse, Bresen, Pliete oder Blei genannt, ist eine Fischart aus der Familie der Karpfenfische. Merkmale Im Alter von 8 Jahren erreichen Braxen eine Länge von ca. 30 bis 50 cm. Bei einer Länge von 60 cm wiegen sie im Durchschnitt 3 bis 3,5 kg. Unter idealen Bedingungen können Braxen maximal 85 cm und über 8 kg schwer werden, so auch der deutsche Rekordfisch. Gefangen im Jahr 2000. Braxen können ein Alter von etwa 16 Jahren erreichen. Braxen sind seitlich sehr stark abgeflacht und hochrückig. Bei schlechter Ernährung kommt es bei den Braxen zum sogenannten Messerrücken, der Bildung einer sehr scharfen Rückenkante. Das stumpfe Maul ist leicht unterständig, die Augen verhältnismäßig klein. Auffällig ist die grünlich glänzende, schwarze bis bleigraue oder bleiblaue Färbung auf dem Rücken, der die Fische den Namen Blei verdanken. Die Seiten glänzen metallisch, der Bauch ist weißlich mit Perlmutglanz. Bei älteren Braxen kommt ein lichter Brosse oder goldgrüner Ton durch. Die Schuppen sind stark mit Schleim bedeckt, die Rückenflosse ist 12, die Afterflosse 26 bis 31 strahlig. Bis auf die Brustflossen sind die Flossen dunkelgrau. Die mittelgrauen Brustflossen der Braxen sind lang und reichen angelegt bis an den Ansatz der Bauchflossen heran. Dadurch unterscheiden sie sich vom Güstert, mit dem sie manchmal verwechselt werden. Durch gleichzeitige Leichzeiten vermischen sich Eier und Samen von Blah und Güstert. Dadurch entstehen sogenannte Bastardfische, die sich aber anhand der Anzahl und Verteilung der Schlundzähne unterscheiden lassen. Vorkommen Verbreitung Die Braxen sind in Europa nördlich der Alpen und Pyrenien sowie auf dem Balkan weit verbreitet. Im Osten findet man sie bis zum Kaspischen Meer, dem Schwarzen Meer sowie dem Aralsee und Balchasee. Die Unterart Abramis Bramadanubii lebt im Donaudelta und die Unterart A B Orientalis im Gebiet des Kaspischen Meeres und des Aralsees. Gewässertypen Braxen bevorzugen Gewässer mit schlammigem Grund und Unterwasserpflanzenteppichen, welche Deckung und Nahrung bieten. Sie leben vor allem in der sogenannten Braxenregion sehr langsam fließender Flüsse und in Seen mit einem hohen Nährstoffanteil und schlammigem Grund. Sie leben in kleinen Schwärmen bodennah im Uferbereich. Ein ebenfalls großes Vorkommen der Braxen findet sich in Strömen, Kanälen für die Binnenschifffahrt, Flusshäfen, Seen, Talsperren, Parkteichen und Baggerseen, wo Braxen oft einen idealen Lebensraum finden. Gewässer mit Großbraxen Großbraxen werden sowohl in kleinen Kiesgruben als auch in größeren Seen gefangen. Ein geringer Fischbestand, starker Pflanzenbewuchs und ausreichend Raubfische, welche den Jungfischbestand stark reduzieren, sind ideale Voraussetzungen. Der hohe Raubfischdruppe wirkt, dass nur wenige Braxen eines Jahrgangs übrig bleiben und somit das vorhandene Nahrungsangebot voll ausschöpfen können. Nicht nur Braxen wachsen in diesem Gewässertypos besonders gut ab, sondern auch Karpfen und andere Weißfische wie zum Beispiel Rottaugen. Der relativ flache und sehr nahrungsreiche Ismaninger Speichersee erfüllt all diese Bedingungen und enthält deswegen auch eine hervorragende Braxenpopulation aus großen und starken Einzeltieren, welche überdurchschnittlich schnell abwachsen und hohe Entgewichte erreichen. Zu den besten Braxengewässern Deutschlands zählen große Stauseen, wie zum Beispiel die Möhne-Talsperre. Die größten Braxen Deutschlands werden regelmäßig im Ismaninger Speichersee bei München, im Werthach-Stausee bei Schwab-München, im Forgensee und in den Zuflüssen des Bodensees gefangen. Rekordbraxen gab es auch aus Weser, Rhein-Iser, Lechtonau-Elbe, ALZ, Seegeberger See, Rottacht aus dem Bodensee, dem großen Plönersee und der Ostsee. Auch kleinere Gewässer wie die Schwalm bei Mönchengladbach können vereinzelt mit 6 kg schweren Braxen aufwarten. In Norddeutschland gilt die Wilsterau westlich von Hamburg als Geheimtipp für besonders große Braxen. In der Leckerau wurden ebenfalls Rekordbraxen gefangen. In Österreich zählen der Völkermarker Stausee und der Lengsee in Kärnten zu den besonders guten Braxengewässern. In Dänemark und Schweden werden Braxenfänge bis 7,5 kg gemeldet. Punkt. Kapitale Braxen ziehen in kleinen Schwärmen oft in größerem Abstand zum Ufer durch das Gewässer und suchen aus Vorsicht meist nur nachts die flacheren Uferbereiche auf. Größere Braxen findet man häufig an den Abbruchkanten von Lanzungen, an der Scharkante oder in flacheren Stauseen im Alten Fluss oder Bachbett. Ernährung. Ihr Maul ist vorstülpbar und hilft den Braxen bei der Suche nach Zuckmücken, Narven, Schlammröhren, Würmern, Muscheln und Schnecken im weichen Schlamm. Ihnen dienen aber auch Wasserpflanzen oder Plankton als pflanzliche Nahrung. Braxen können vor allem in größeren Strömen und Seen große Schwärme bilden, welche wie Staubsauger den Boden durchwühlen. Nahrungsvorräte an einem Ort sehr schnell aufbrauchen und dann unruhig weiterziehen. Sie bilden wie andere Friedfische sogenannte Braxenstraßen, Futterruten durch das Gewässer, welche zu verschiedenen Tageszeiten aufgesucht werden. Der Weg eines Braxenschwarmes ist im flachen Wasser leicht durch aufsteigende Bläschen von Sumpfgas bemerkbar, welche beim Durchwühlen des Bodens freigesetzt werden. Fortpflanzung Die Laichzeit der Braxen liegt im April bis Juli und dauert etwa zwei Wochen. Bei plötzlichem Wetterumschwung wird das Laichen unterbrochen und später fortgesetzt. Während der Laichzeit fällt beim Männchen an Körper und Kopf deutlich ein Laich-Ausschlag auf. Bei mitunter heftigen Laichspielen legen die Weibchen ihre 150.000 bis 300.000 klebrigen Eier von 1,6 bis 2 mm Durchmesser an Wasserpflanzen ab. In Gebieten ohne Wasserpflanzen werden sie auch an Steine oder Wurzeln geklebt. Die Larven schlüpfen nach drei bis zwölf Tagen und heften sich mit speziellen Klebedrüsen ebenfalls an Wasserpflanzen fest, bis ihr Dotter verbraucht ist. Nach drei bis vier Jahren sind die Tiere geschlechtsreif. Verbuttung Besonders in flachen und nährstoffreichen Seen Norddeutschlands führt das enorme Vermehrungspotenzial der Braxen zu Massenentwicklungen, die dann oftmals mit stagnierendem Individualwachstum verbunden sind. Wenn Raubfische fehlen, neigen Braxen auch in Kleingewässern zum Zwergwuchs. Sie werden dann selten überlang und haben im Vergleich zum Körper ungewöhnlich große Augen. Diese sogenannte Verbuttung kommt bei allen Weißfischen vor, aber zum Beispiel auch bei Flussbarschen. Bedingt durch die hohe Individuendichte der verbutteten Braxen ist deren Bestand in einem solchen Gewässer extrem krankheitsanfällig. Innerhalb kürzester Zeit sind die verbutteten Braxen frühzeitig geschlechtsreif und begründen die nächste Generation von Miniaturfischen. Setzt man diese Fische in ein Gewässer mit hohem Nährstoffangebot ein, so entwickeln sie sich wieder völlig normal. Die Neigung zur Verbuttung bei Überpopulation ist das größte Problem bei der Suche nach Großbrassen. Es ist schwierig, Gewässer zu finden, in denen überhaupt große Brassen vorkommen. Gefährdung und Schutz Braxen haben wie alle Weißfische eine hohe Vermehrungsrate und bevölkern die trägen, langsam fließenden Unterläufe großer Flüsse und warmer Seen als Leitfische der Braxenregion in einer sehr großen Zahl. Eine Gefährdung der Braxen ist nicht absehbar, da sie sich gut an anthropogene Gewässerbeeinflussungen und deren Folgen anpassen können. Die Weltnaturschutzunion UCN führt die Braxe in der roten Liste gefährdeter Arten und beurteilt sie als nicht gefährdet. Wiederholt fallen regelmäßig ganze Jahrgänge der Braxen aus. Die Jungfische überstehen den ersten Winter vermutlich aus Nahrungsmangel nicht. Man kann dies als natürliche Populationsregulation der Art sehen. Es gefährdet ihren Fortbestand nicht. Nutzung im Vergleich mit historischen Angaben ist vor allem ein Verlust des wirtschaftlichen Absatzes zu verzeichnen. Wegen des gerätenreichen Fleisches nimmt die früher als Brotfisch verkaufte Braxe kaum noch Einzug auf unseren Speiseteller. Aufgrund der Einwanderung von Osteuropäern gewinnt die Braxe leicht an Bedeutung, ca. 3 Euro werden Braxenfilet aus einem sauberen, unbelasteten Gewässer bezahlt. Braxen werden in der Regel beim Stipp- oder Federangeln gefangen. Köder sind Regenwürmer, Maden, Mais, auch kleine Beulies, besonders für kapitale Braxen ab 2,5 kg aufwärts. Selektiv auf den Fang von Großbraxen können unter Umständen Hakenköder wie Tauwürmer, Maiskörner oder Kaster wirken. In von Menschen stark frequentierten Gewässern wie Baggerseen werden Braxen ähnlich scheu wie Karpfen und schwerere Exemplare können dann meist, nur noch bei Dämmerung oder Nacht, gefangen werden. In freien Gewässern bilden Braxen einen Großteil der Fischbiomasse. Kleinere Exemplare der Braxen werden zu allen Tages- und Nachtzeiten in größerer Anzahl gefangen. In Europa sind die Skanderborgseen und die Gudenau in Dänemark Rekordgewässer für Massenfänge.